Herzlich willkommen, liebe Klubfans. Heute Part 2 des Trainingslagers. Gestartet sind wir um 7 Uhr mit einer Laufeinheit. Ja, hier Gaisi und Duffy. Zeigen euch hier ein paar Dehnübungen, falls ihr ein paar braucht. Ja, hier kam dann auch Jumbo ins Video und dahinter kommt dann auch schon Chris Martenja. Nochmal Glückwunsch zur Vertragsverlängerung. U4, Can Uso und Top Talent 2005. Natürlich darf mein Vlogpartner Nene Brown auch nicht fehlen, der das natürlich sehr, sehr gut macht. Ja, dann war der Tag auch schon vorbei und hier kommt mal ein kleines Beispiel, wie wir uns am Ende des Tages so fühlen. Bestes Beispiel, Janis Horn. Bis morgen, euer Schleimjöne Nene.